Hallo Guys, herzlich willkommen hier bei Klein Marketing Consulting und zum Thema E-Mail Newsletter Tool oder E-Mail Marketing Tool Clicktips, eins der Tools, die ich selber verwende, auch teilweise auch für viele meiner Kunden und hier hat sich etwas geändert und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Hilfe suchst, also grundsätzlich geht es ja mal so, dass du zum Beispiel hier bei Suche was eingeben kannst, dann öffnet sich hier so ein neues artiges Fenster hier rechts, also etwas schmal gehalten für meinen Geschmack. Und wenn du dann hier zum Beispiel was eingibst, wie ich hier zum Beispiel Marketing Cockpit oder irgendwas anderes, nehmen sie hier die Resultaten, dann kannst du hier draufklicken und alles bleibt in diesem kleinen Feld hier, was ich persönlich, wie gesagt, ich glaube es ist irgendwie mobil optimiert oder sowas, aber ich würde mir wünschen, dass man das irgendwie vergrößern kann, weil ich halt noch sehr, weil ich eigentlich einen ganzen Tag mit dem Desktop arbeite und nicht so sehr viel mobil. Und das, ich habe noch nicht herausgefunden, ob, also ich finde es ein bisschen, ähm, das kann Vorteile haben, ich finde es aber auch nachteilig, ja. Oder ist es jetzt größer oder was? Ne, geht nicht. Okay, hier, ich habe einen anderen Weg noch für dich gefunden, wenn du auch das gewöhnt bist, das vorherige, das Handbuch, wenn du jetzt zum Beispiel auf mein Konto gehst, war ja früher immer mein Handbuch. Ja, das ist jetzt verschwunden, das gibt es nicht mehr, also ich zumindest sehe es nicht mehr, ja. Und, äh, dann gibt es aber eine andere Möglichkeit, dass du hier einfach hier oben, ähm, ich kopiere das hier mal in einen extra Browser raus, äh, hier oben einfach, äh, die, einfach Handbuch reinschreibst, schrägstrich Handbuch, einfach in der Domain und dann hast du hier, sozusagen mehr oder weniger das alte Handbuch mit allen Artikeln, äh, und allen Hilfe, ähm, Artikeln und so weiter und so weiter. Und hier kannst du dann letztendlich auch nochmal Marketing Cockpit eingeben, dann hast du das Ganze in groß, ja, äh, was ich einfach viel, viel besser finde, ähm, und das bist du letztendlich wieder beim alten Handbuch, ja. Ja, ich hoffe, es hat dir weitergeholfen, denn ich habe das auch erst mal verzweifelt gesucht eine Zeit lang hier, äh, wo ist denn hier das, äh, Handbuch, ähm, und von Clicktip, ähm, ist ein cooles Tool, nachdem ich habe, ich habe hier vor, ich nutze es gern und, ja, wenn du es auch noch nicht kennst oder ausprobieren möchtest, hier unten unbedingt in der Beschreibung, ähm, klicken, ähm, dann kannst du es sogar für einen Euro mal einen Monat lang, äh, oder 14 Tage zumindest, ähm, das ändert sich nochmal ein bisschen, äh, kostenlos testen, also ein Euro ist ja quasi kostenlos, du kannst auch erst mal die kleinste Version nehmen, das kostet sich gerade mal 20 Euro im Monat, das ist quasi gar nichts für ein Unternehmer, es ist sowieso null, ja, also wenn ich heute beim Rewe war, ähm, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, da habe ich mir irgendwie ein paar Einkäufe gemacht, ein bisschen Klopapier gekauft und war schon bei 25 Euro, also von daher, äh, 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 das ist weniger wie, wie ein Cappuccino am Tag, ne, also, ja, nur da ganz kurzer Tipp, äh, weitere Videos zu dem Thema werden folgen, bis dahin, ciao. Und dann, also,